Ja, ist das toll! Wir brauchen Artillerie und Verstanden! Artillerie, Feuer! Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern! Der Feind hat uns zurückgeworfen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen! Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen! Feindliche Bomber nähern sich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Kassen ist leer, schlade nach! Sterb endlich, ihr Bastarde! Untertitelung des ZDF, 2020 Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern! Kontrollpunkt erobern! Zurückfallen! Alle bereit machen zum Springen! Então, kann man sie wegha�? Jetzt können Sie das geheimnis, schlade auf! Verbereitung der Reind wird von den irgeräum, und er hat eine E-Mail-A-T- momen. Das ist eine E-Mail-A-T-Modelle! Verbereitungs-Institut! Verbereitungs-Stand! 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 Das war's für heute. Affen zu, dass der Feind seine Position befindet. Der Feind will den Kontrollverlust 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 Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Der Feind hat, 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 den Kontrollpunkt zu erobern. Die Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs. Die Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs. Lasst nicht zu, dass der Feind seine Position festigt. Die Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs. 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 Die Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs. Die Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs. Die Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs. Die Wettbewerbs sind in der Nähe des Wettbewerbs. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017